Um Einbrecher fernzuhalten gibt es oft Videoüberwachungssysteme, die vielleicht verhindern, dass jemand ins Haus einsteigt. Allerdings können sich andere durch die Vernetzung dieses Gerätes Zutritt ins Wohnzimmer verschaffen. Wenn wir zum Beispiel an eine Videoüberwachung in meinem privaten Bereich oder in meinem Zuhause denken, kann es durch diese digitale Videoüberwachung tatsächlich sein, dass Fremde jederzeit auf mein Zuhause zugreifen können, schauen können, was bei mir zuhause passiert. Sie können Daten hacken, sie können eben in meine Privatsphäre eindringen. Den richtigen Umgang mit Smart Home zeigt eine Ausstellung in der Arbeiterkammer Salzburg, die noch bis zum 17. Februar läuft. Danach geht die Ausstellung in den Salzburger Gauen weiter. Big Brother is watching you. Diesen Satz kennen wir ebenfalls mittlerweile und so sind es auch die smarten Dinge des täglichen Lebens, die permanent Daten hochladen. Vorteil des Kühlschranks ist, dass ich immer weiß und überall überprüfen kann, was ist in meinem Kühlschrank drinnen oder er schlägt mir auch Rezepte vor mit den restlichen Zutaten, die ich noch habe. Der Nachteil ist, dass hier Apps installiert sind, die ich nicht beeinflussen kann. Es wird mir quasi vorgegeben, wo ich einzukaufen habe. Auch zum Beispiel die Gesichtserkennung am Handy birgt gewisse Risiken, wie das folgende Beispiel zeigt. Hier am Pizza-Konfigurator kann man sich eine Pizza belegen, indem man ganz einfach auf die Zutaten schaut. Wir haben hier den Gedankenleser Wundspitzer. Der wird mit einem Eye-Tracking-System betrieben. Dieses Eye-Tracking-System liest deine Augen ab, speichert deine Augen. Das ist ein biometrisches Datum. Das ist einzigartig. Man verwendet das bei Handys zum Entsperren beispielsweise. Die Gefahr ist, dass das ganz leicht gehackt werden kann und hier Missbrauch betrieben werden kann. Der Vorteil von solchen Systemen ist, dass jemand, der beeinträchtigt ist von der Bewegung her, hier mit den Augen Systeme steuern könnte. Was auch ganz gut ankommt, ist unser Vektor, der auch das Sprachassistenzsystem Alexa drauf hat. Er schaut recht niedlich aus. Man mag ihn gleich gern. So etwas stellt man sich natürlich auch lieber ins Wohnzimmer oder ins Kinderzimmer als einfach nur eine Box. Kommen wir allerdings jetzt zu unserem World-Changer-Thema. Es geht um die Energieeffizienz im Haushalt. Und auch hier gibt es einige Vorteile, was Smart Home betrifft, allerdings auch Nachteile. Vom Energieverbrauch her ist Smart Home eine Chance, Energie zu sparen. Denn nur durch das Wissen über den Energieverbrauch, also wann, wo, wie viel man verbraucht, hat man eine Chance, auch Einsparungen zu treffen. Natürlich, damit diese Geräte vernetzt sind und miteinander Informationen austauschen, ist Strom nötig, rund um die Uhr. Und wenn man durch diese Vernetzung nur 10 Watt mehr Leistung hat, das sind zum Beispiel zwei kleine LED-Lampen, dann hat man über das Jahr gerechnet einen Strom-Mehrverbrauch und Mehrkosten von schon mal 15 Euro.